Was ist die Musik von Rachel Joyce? Ich kann es so gar nicht wirklich sagen, denn ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich erinnere mich noch genau daran, wie es mir bei den Vorbereitungen empfohlen wurde. Und ich finde irgendwie, manchmal ist zu hören, was ein anderer Mensch von einem Buch denkt und wie es mir empfohlen wird, fast genauso schön wie das Buch selbst zu lesen. Und deswegen habe ich da jetzt lange drauf gewartet und bin froh, dass ich es dann in 40 Tagen bei den NU-Buchtagen tatsächlich kennenlernen darf. Ich bin froh, dass ich das Buch nicht gelesen habe. Ich bin froh, dass ich das Buch nicht gelesen habe.